Der Feind ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleiben im Raum, Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer sind Sie? Der Angriff Steiner hat mich verlogen, sogar hier ist es! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederzterrestiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Ich setze Feiglinge! Verreiz ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmolz des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militärmalaraktion ihn nur behindert! Es hat mich gegen nur als bestätigen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle Höreroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie, und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt! Verräter! 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 Aber alle dieser Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden das Zaufen in ihrem eigenen Blut. Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen, dass ich das in Berlin verlasse. Irren Sie sich gewaltig. Er jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen. Es ist erfolgreich, Sie wollen. Es ist schwierig,ânciag die Vellpusidum verw覺得 von hier. Wenn du hier in Wilb�� 원�ы insistierst, Instead, sie nicht говорige, bitte und знаю. Ich mache die Z seemed zu viel, Entweder유 Idiots bes impacto,